Moin, bei schönstem schleswig-holsteinischen Wetter stehe ich heute im Wildgatter der Familie Voss-Rahl in Renswüren und möchte gleich diesen Baum pflanzen. Ich wurde nominiert von Katja Rathje-Hoffmann, vielen Dank dafür. Wenn wir gleich hier fertig sind mit dem Kameraden, dann werde ich meinen Spaten weitergeben an Björn Rüther, Tim Brockmann und Christian Rahl, damit auch die nächsten drei Bäume noch gepflanzt werden bei der Aktion Einheitsbuddeln. Bis zum nächsten Mal.